So, mein Mikro richten. Ja, wir haben das erste Drittel von Final Fantasy XIII hinter uns. Ich habe die Disc 2 jetzt rein, aber ich werde noch nicht weitermachen, ich werde euch nämlich erst was erklären. Ich habe euch ja gesagt, Vernil weiß was, was die anderen nicht wissen. Das liegt ja auch daran, dass ausgerechnet Vernil die ganze Geschichte aus ihrer Sicht erzählt. Warum, werden wir, glaube ich, jetzt in Disc 2 irgendwann mal erfahren. Ja, fangen wir einfach an. Los geht's. Mein Mikro nervt und ätzt mich an. Okay, los geht's. Ja, auf jeden Fall. Yo, los geht's. Na halt! Seit wann kann Lightning ihr Schwert auch als Schusswaffe benutzen? What in the world? Ich kann's nicht glauben, dass wir es geschafft haben. Das wird die Pursuit des Schuss. Aber es gibt nicht die Truppen auf dieser Seite? Wir können noch nicht relaxen. Genau. Wir pressen. Ich nehme die Punkt. Du, die unsere Beine. So langsam wird's da. Na, Lightning lacht endlich mal und der Gabra Lichter war der Forschungsbiotop. Am Ende dieses Sektors, habe ich euch ja gesagt, ist ein scheißen hässlicher Boss. Ein scheiß hässlicher Boss. Okay. Auf ihrem persönlichen Feldzug erreichen sie den Lichterwald von Gabra. Ich habe keinen Bock. Brigade-General Sid Reigns kommandiert die Sondereinsatzbrigade, zu der auch das Jagdgeschwader gehört. Die Sondereinsatzbrigade fungiert als schnelle Einzel... ein... als schnelle Eingreiftruppe der Schutzgarde. Tag 7. Als Sarah bemerkt, dass sich der Eingang zum Residium geöffnet hat, wird sie von Neugierde gepackt, geht hinein und gerät in Kontakt mit dem Polsfallsee. Sie wird zu einer Purzlissie, doch verrät es zunächst niemandem, nicht einmal ihre Schwester Lightning. Oh Gott. Der Gabra Lichterwald ist ein wundersames Waldgebiet, das zwischen dem entvölkerten Diesweil und der Stadt Perlenpolum liegt. Das Gebiet wird militärisch überwacht und zu Forschungszwecken genutzt. Werde also was für die Weltraumpiraten. Das Jagdgeschwader ist Teil der Sondereinsatzgruppe der Schutzgarde. Die Lindblum ist das Mutterschiff der Luftschiffflotte des Jagdgeschwaders. Okay. Crestarium. 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 Natürlich nicht. Nett. Einmal zu langsam, einmal zu schnell. Gepasst's auch nicht. Der Nachteil an diesem Gebiet ist, es gibt Millionen Wege. Und die Gegner da vorne hasse ich. Ja, ist gut. Was mach ich? Gegengift. Ja. Dann nehm ich auf jeden Fall zwei mit, weil die werden wir noch brauchen. Modifikation. Modifizieren. Waffen. Okay. Oh Gott. Oh Gott, ich hasse die Gegner. Seht euch das an. Die sehen aus wie... wie... wie blaues Unkraut. Aber man kann sie derbst leicht umgehen. Ach du Scheiße. Linksion. Als ob wir euch vermisst hätten. Aber ich glaube, Lightning hat jetzt eine supergeile Attacke drauf, die nachsetzen heißt. Genau. Zack. Massenvernichtung. Scheiße, ich bin gleich tot. Stirb einfach, du Mistvieh. Stirb. Mach es uns nicht so schwer. Und tot. So muss das sein. Was ist das jetzt da für ein schönes... schöne Apparatur? Was ist das? Habt ihr hier noch nie? Da warst du schon mal? Auf Platz. Ich habe nicht. Diese Bereich ist bei der Wunderns Observation Battalion. Du schreckst? Nichts. Ich bin bereit. wenn ich muss. Ich bin bereit. Um dich安全 zu halten. Ich will sie zurück. Lightning! Ich bin froh, dass ich dich folgert habe. Aber ich habe, ich hätte keine Chance gehabt. Es ist Zeit, um zu gehen. Jo. Es gibt wieder schönes Zeug zum Lesen. Millionen Sachen, ist klar. Auf seinem eigenen Wunsch hin hat Hope die Vorhut übernommen und nun führt ihr Lightning durch den Lichterwald von Gabra. Das Observationsbataillon Wald und Forst SGUWF gehört zur Schutzgare. Es überwacht die Wildnis außerhalb der Städte und sorgt dafür, dass keine wilden Tiere oder Monster in bewohnte Gebiete eindringen. So. Und wir speichern hier. So. Bis bald. Für Böden. tweets und fischehneltidenben in einem Felmrael. Vielen Dank.